Ich habe hier eine Euromünze, die hat 23,25 mm Durchmesser und der Winkel soll diese berühmte Winkelsekunde sein, also 3.600 Grad. Wie weit ist die Euromünze weg, damit ich da diesen Winkel habe? Und jetzt sollten Sie wissen, dass wenn ich das sauber mache, dann ist der Abstand eben diese Höhe in einem gleichschädlichen Dreieck und dann habe ich hier einen rechten Winkel und dann kann ich hier, Moment, da ist die Formel. Also ich habe hier die Hälfte von einem D und das ist Gegenkathete zu Ankathete und hier habe ich Alpha halbe. Aber das ist ja wirklich klein. Würde ich in diesem Bereich mit der Lupe, das soll jetzt so eine Lupe sein, würde ich in diesem Bereich mit der Lupe drauf gucken, werde ich feststellen, das ist beides mal fast 90 Grad, weil da ist ja nur ein 3.600, was da fehlt. Und deswegen kann ich bei diesen einfach so, ich kann einfach so tun, wie wenn 1 oder 92 Grad wäre, D, und ich kann so tun, wie wenn das R auch hier wäre. Und das ist wirklich eine Näherung, die sehr gut funktioniert. D zu R ist Tangens Alpha. Statt eben ein halbes D zu R ist Tangens Alpha halber, was jetzt auch nicht so viel extra Arbeit wäre. Also in Mathe können Sie auch das machen. Gut, D zu R ist Tangens Alpha. Das einsetzen, noch R auflösen. Was sind die Schwierigkeiten? Millimeter in Meter, 10 und minus 3. Die Winkelsekunde ist eben ein Sechzigstel von einem Sechzigstel. Dann habe ich Grad und im Taschenrechner auf Deck schalten. Für die Astrophysik immer auf Deck lassen. Und dann kommen raus 4796 Meter, also 4,8 Kilometer ist es weg. Damit sieht man schon, wie klein der Winkel ist. Ich habe den hier, das hier ist nämlich ein Grad, so ungefähr, grob. Und ein 3.600 ist wirklich winzig. Und eigentlich ist es nur eine Anwendung von der ganzen Tangens-Geschichte.